Freunde, heute gibt es einen Quick-Tipp zum Thema Drehstechnik und zwar ohne Umkehrschwung zu arbeiten. Was ist das? Das ist ganz einfach. Ihr macht Kniebeugen, ok? Ihr geht runter, exzentrischer Bewegungsablauf, tiefster Punkt, stopp und wieder raus, stopp. Stopp und wieder raus, stopp. Das heißt ohne Umkehrschwung. Am Ende vom exzentrischen Leg unten Arme anhalten und nach oben am konzentrischen Ende Arme kurz anhalten. Das bedeutet keinen Schwung holen ohne Umkehrschwung und das hat nur Vorteile. Ihr wisst ja auch warum, weil die mechanische Belastung der Gelenke viel geringer ist und wenn ihr unten wieder anfangen müsst raus zu kommen, dann braucht ihr mehr Kraft und diese mehr Kraft habt ihr dann, weil ihr mehr Muskelfaserbündel anschaltet, um aus diesem Punkt raus zu kommen. Das hat also nur Vorteile, probiert es aus, Quick-Tipp ohne Umkehrschwung zu arbeiten.